Also wir sind jetzt heute im Kletterpark in Haigenbrücken und da probieren wir mal was aus, was wir mit ins Video reinbringen wollen. Bin ich mal gespannt, wie das jetzt wird. Aber ja, ich würde nur sagen, ich mache mal rüber zu meinem Fahrrad. Ich komme! Also wir haben jetzt mittlerweile Drehtag Nr. 2. Wir haben jetzt hier schon am See ein paar Shots gedreht. Jetzt kommen wir mal zu einer ernsteren Sache. Und zwar haben wir hier so einen Drop. Vielleicht zwei, zweieinhalb Meter hoch. Sollte aber auf jeden Fall machbar sein. Ich muss da gerade mal angucken. Das Problem ist, man hat nicht viel Platz hier. Aber ich freue mich, ob wir da irgendwie hinhauen. Wir haben jetzt mittlerweile Drehtag Nr. 4. Und heute sind wir an einem ganz speziellen Spot, würde ich mal sagen. Und zwar habe ich vor, von da unten hier drauf zu fahren, springen, mal gucken. Hier rüber zu balancieren. Dann umsetzen, wieder auf das nächste Brett rüber balancieren. Mehr oder weniger balancieren. Sollte, denke ich mir, nicht so das Problem sein. Mal gucken. Und dann von einem Holzstapel darüber auf die Balken drauf. Send it! Yes! F**k! 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 F**k!